Leidimir, es gibt immer mehr Weltmeister, immer mehr Gürtel. Was hältst du davon? Wie ist das? Ich halte davon gar nichts, weil wir besitzen alle Gürtel. Fast alle. Jetzt kommen immer mehr. Vorwärts gehen, seinen hast du noch nicht. Eigentlich ja, aber er sagt nein. Brauche ich den? Du hast ihn aber nicht... Er hat ihn auch, sagen müssen wir mal so. Kommt es zu einem Kampf? Er hat mir gesagt, es gibt vielleicht einen neuen Titel, Super Super Champion. Der Super Champion steht, auch wie immer. Die ganze Situation bei VBA in dem Bereich ist schwer zu kommentieren, weil ich bin gerade Weltmeister geworden oder Super-Weltmeister geworden bei VBA. Und ich muss sagen, es ist so wie es ist. Ich freue mich, dass er Weltmeister ist und der Rest wird sich ergeben.